Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spyro 3, Year of the Dragon. Wir haben aufgehört, nachdem wir die ersten drei Welten dieses Spiels absolviert haben. Und ja, wir haben schon relativ viele Eier und sollten dieses Tor jetzt inzwischen auch öffnen können. Endlich funktioniert mein Tor wieder. Komme ich mal in der Tiki Lodge besuchen. Ja, alles klar. Der Schmelzkrater ist freigeschaltet worden. Und dort werden wir neue Abenteuer erleben auf der Jagd nach den verschwundenen Dracheneiern. 148 gibt es insgesamt, laut unserem Atlas. Und ja, das ist ein großes Abenteuer, wie ihr vermutlich schon dadurch erkennen könnt. Aber das kriegen wir hin. Irgendwie kriegen wir das hin. Rinox, wir treiben hier ihr Unwesen. Aber ich kann niemanden lange genug aus der Tiki Lodge herausholen, um etwas dagegen zu unternehmen. Okay. Dann müssen wir das wohl machen. Der Schmelzkrater. Leider ein Level, den wir nicht zu 100% abschließen können, da uns etwas fehlt. Au. Hörst du auf damit? Drecksack. Wir gucken natürlich, dass wir so viel wie möglich sammeln. Dass wir dann nachher nur diesen Abschnitt machen müssen, den wir noch nicht betreten können. Komm mal her. So. Oh, cool. Danke, dass du ihn für mich getötet hast. Das ist aber sehr nett von dir. Da ist ein Ei. Das erste des Tages ist Riki. Hello. Und tschüss. Einfach mal alles abfucken. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas bringt, aber... Ich mach's einfach mal. Ich glaube, dafür gibt's sowas wie einen Skillpunkt oder sowas. Skillpunkt, ähm, gibt mir praktisch, ja, ein Schmetterling. Sorgt dafür, dass dein Freund Sparks, die Libelle, immer gesund ist, Spyro. Wenn seine Gesundheitsanzeige niedrig ist, fackel ein Tier wie diese Schnecke hier ab, um einen Schmetterling freizulassen. Okay. Kennen wir ja schon, das Prinzip. Okay, ich hätte gedacht, dass der mich erwischt. Gut, dann halt nicht. Ach, du. Lässt mich bitte in Ruhe. So. Darf man hier aufräumen. Erzählst du mir auch irgendwas? Nö. Gut. Und da hinten hat man schon wieder gesehen. Geldsack ist auch mal wieder da. Yay. Das freut uns aber. Diese blöden Peitschen fritzen da. Das gibt's ja nicht. Aber merkst du es, irgendwie haben die keine Chance gegen uns gerade. Was natürlich gut ist. Okay. Wieder zurück. Hier ist übrigens schon der Ende des Levels. Das Ende des Levels. Ich weiß es nicht. Und da ist der Bereich, den wir noch nicht betreten können, leider. Da wir diesen Kompagnon noch nicht gerettet haben. Hinweis. Wachtmeister Bird befindet sich zur Zeit auf einer wichtigen Mission. In das Innere eines Täfigs. Dumm gelaufen. Die Zauberin. Toll. Die Musik hört auch mittendrin auf. Ja, aber das lag daran... Weil die Musik immer stoppt, wenn wir vor so einem Schwarzflug... ...und so schwul sind. Deswegen ja, nicht wundern. So. Okay. Wir haben noch zwei Missionen. Einmal zum Geldsack und einmal noch den Schlüssel abgeben. Abgeben. Hier, nimm dieses Ei. Die haben sie gestern Abend in der Tiki Lodge verteilt. Okay. Curly. Atchoo. Man hat es vielleicht ein bisschen gehört. Sweet. Okay, Rocky geht jetzt auch durch das Tor wieder zurück. Nachdem er gerade eben erst durchgekommen ist, um hier Hallo zu sagen. Okay. Gut. Hier sind wir wieder am Anfang. Können hier den Schlüssel abgeben. Das kennen wir ja schon aus Spyro 1. Das gab es im zweiten Teil tatsächlich nicht. Hier gibt es es wieder. Und dann hoch zu unserem gierigen Sack. Irgendwie kann ich die Treppen doch nicht so gut nehmen, wie ich dachte. Ah, da unten habe ich noch was gesehen. Das ist okay. Da kann ich auch noch kurz hin. So. Den Zehner nehme ich noch mit. Er hat irgendwie nichts gebracht, die Blumen zu rösten. Oder ich habe einen verpasstes. Kann auch sein. Aber dann die Schallzonen. So, guck mal. Direkt neben ihm ist ein Edelstein, aber die sammelt er nicht auf. Nö, das muss ich machen. Ich muss für ihn die Drecksarbeit machen. Spyro, du kommst gerade rechtzeitig. Ich habe zwei Eierdiebe durch diese Tür da flüchten sehen. Nun, eigentlich haben sie mich dafür bezahlt, ihr Versteck geheim zu halten. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich lasse dich gern durch das Tor, um sie zu verfolgen. Für einen, ähm, kleinen Finderlohn. Kleiner Finderlohn. Ja? Also, ey. Der Typ. Danke, Spyro. Und viel Glück beim Fangen dieser garstigen Eierdiebe. Anstatt, dass er vielleicht mal ein weiches Herz hat. Nö, er macht sogar Profit daraus, dass sie... Nö, ich sag da zunächst. Sonst regge ich mich nur unnötig auf. So, hi. Bist du der Drache, der nach den Eiern sucht? Mhm. Ich habe nämlich einen verdächtig aussehenden Typen mit einem Ei dort drüben gesehen. Und warum halten die Leute die nicht auf, ja? Wenn sie doch wissen, dass das... Ja, egal. Ja, halt die Backen. Ich komme gleich zu dir und dann gibt es einer aufs Maul. Tschüss. Guck, jetzt hat er Angst bekommen. Die haben Angst. Sollten sie auch haben. Wohahaha. Okay. So. Könnerpunkt. Yay, Skillpunkt. Weil wir das können. Ja, keine Ahnung. Ich verstehe das Ganze im Prinzip nicht. Also, es gibt keine Ahnung, wie viele Könnerpunkte in diesem Spiel für besondere Sachen. Wie zum Beispiel, dass ich da diesen geheimen blauen Schmettern hingefunden habe. Und als Belohnung bekomme ich eben einen blauen Schmetterling. Und Speedrunner sind sogar darauf aus, dass die 100% des Spiels auch diese Skillpoints beinhalten. Also, ich sage es ganz ehrlich, ich habe die Dinger nur ab und zu mal gefunden und ab und zu mitgenommen. Ich mache mir da nicht wirklich viel draus. Wenn ich welche finde, nehme ich sie gerne mit. Wenn nicht, dann ist halt so. Keine Ahnung. Das ist genauso wie zum Beispiel, wo haben wir das gemacht? Irgendwo haben wir alles abgefackelt. Ich glaube, alle Aken oder so in Spyro 2. Und haben ja dafür auch was bekommen. So ist das ungefähr hier auch. Guck mal, der ist jetzt gelb. Und wir haben ihn. Jawohl. Dankeschön für Moira. Wenn ich irgendwelche Namen falsch ausspreche, dann ist es so. Tut mir leid. Okay. Hey, da ist noch einer. Der war ganz schön schnell. Vielleicht kannst du ihn fangen, wenn ich den Supersprint aktiviere. So, der Supersprint ist auch wieder da. Das freut mich, ja. Ja, ich komme gleich. Warte. So. Kann ich das auch aufbrechen? Haben wir wenigstens wieder fast unser Geld zusammen, was er uns abgelupft hat. Der gierige Sack da hinten. Und jetzt in Hochgeschwindigkeitstempo ihm in den Popo rein. Oder auch nicht. Weil ich die Kurven schlecht nehme. Jawohl. Dann fangen wir mal halt ab. Dafür kriegen wir Kermit. Sehr schön. Und mit Hochgeschwindigkeit wieder zurück. Okay. Dann sind wir hier auch durch. Weil da können wir ja leider noch nicht hin. Dann gehen wir halt wieder. Okay. 1091. Das kann sich sehen lassen. Dann sind wir wieder zurück in Bad Sonnenaufgang. Das ist die Oberwelt. Den Namen habe ich noch gar nicht gesagt. Den Level haben wir auch geschafft. Jetzt gibt es hier auch noch dieses Tor. Und da hinten. Ich glaube, unsere Eier müssten ausreichen, um da oben das Tor zu... Ja, das Tor ist offen. Pilzrennbahn. Es gibt wieder Rennen. Und diesmal sind sie sogar noch größer gemacht worden. Es gibt insgesamt zwei Eier. Ich glaube ja. Ich weiß es nicht mehr. Okay. Oh, guck mal. Sparks redet mit uns. Genau. Es gibt zwei Herausforderungsarten. Es gibt das Zeitspiel. Das kennen wir. Und dann gibt es auch noch ein Wettrennen. Gegen die Einheimischen hier. Und für beides, wenn wir es zu 100% schaffen, bekommen wir natürlich beim Zeitspiel natürlich auch erstmal Edelsteine, aber dann auch ein Ei. Okay. Okay. Also Ringe, Löwenzahnblumen, Spinnen und dann die Schmetterlinge. Danke für den Tipp. Finde ich cool, dass Sparks auch mal mit uns redet. Diesmal kriegen wir Edelsteine und keine Zeit. Die Zeit ist, ja, fix. Die können wir nicht erweitern. Also Edelsteine können wir, glaube ich, alle sofort bekommen. Also auch wenn wir nicht beim ersten Durchlauf alles bekommen, bekommen wir sämtliche Edelsteine. Aber wir bekommen halt das Ei nicht. Und das geht es mir natürlich auch. So. Die Spinnis. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass jede Rennbahn den selben Soundtrack hat, aber ich mag den Soundtrack dafür. War ja, bei den 2 und 2 Welten war es ja so, dass jeder Ring quasi da einen eigenen Soundtrack hatte. Hier hat jede Rennstrecke dasselbe. Aber dafür ist er gar nicht so schlecht. Na, okay. Drei Stück noch. Zwei noch. Und das war's. Alle Edelsteine. Und ein Ei ist uns auch sicher. Sehr schön. Haben wir hier ein bisschen aufgeräumt. Und wir haben eine neue Bestzeit, weil es keine andere auf der Memory Card gibt. Tja, so ist es halt. Cool. Sabina. Ja, das wird noch mit dem Fliegen. So, jetzt ein Rennen gegen die Schmetterlinge. Okay, wir müssen der Reihe nach durch alle grünen Kontrollringe die roten Punkte markieren den Kurs. Verstanden. Und es gibt drei Runden. Und dann gibt es hier noch Sterne. Der Blaue macht uns schneller. Für eine kurze Zeit. Und dann gibt es auch Rote. Ich weiß noch nicht, ob es die schon hier gibt. Da bekommen wir dann auch noch Munition, um die abzuschießen, unsere Gegner. Aktuell sind wir auf dem fünften Platz. Erster müssen wir werden. Dann kriegen wir ein Ei. So, einmal hier dran. Jawohl, schon sind wir dritter. Das macht irgendwie Spaß. Auch wenn es gegen Ende des Spiels wirklich herausfordernd wird, da den ersten Platz zu behalten. Aber irgendwie macht es trotzdem Spaß. Das ist mal was Neues. Genauso wie diese versteckten Kugelherausforderungen in Spyro 2. Die gibt es jetzt dafür nicht mehr. Dafür gibt es hier ein schönes Wettrennen. Das finde ich auch nicht schlecht. Und wenn man mir überlegt, man bekommt hier einfach mal schon zwei Eier. Statt einer Kugel oder einfach nur Edelsteine. Das ist auch nicht schlecht. Okay, da vorne ist der erste. Und es gibt hier noch keine roten. Die gibt es, glaube ich, erst dann... ...in der zweiten Welt. Im Bauernhof. Also, der Bauernhof ist die Rennstrecke. So, jetzt komm mal her. Ich facke dich ab. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt, aber egal. Nö, ich glaube, das bringt nichts. Aber jetzt können wir einen einholen. Und wir sind auf dem ersten Platz. Sehr schön. Und da ist das Ziel. Juhu! Gewonnen! Wo ist mein Preis? Dankeschön! John! Snake, bist du es? Nee, wir sind fertig. Die Stimme ist so geil. Würde mich echt interessieren, weil es damals synchronisieren durfte. Hat bestimmt Spaß gemacht. So. Haben wir das auch erledigt. Ich glaube, 20 oder 25... Nee, 20 Eier braucht man für das hier. 26 haben wir ja erst. Und hier brauchen wir 14, um in die letzte Welt zu kommen. Juhu! Mein Tor funktioniert wieder. Bis später am Strand. Jo, bis später. Der Muschelstrand. Und jetzt gucken wir mal, was hier eigentlich abgeht. Wir haben ja immer gesehen, die sind ja die ganze Zeit durch die Tore mit uns hier zurückgekommen. Und die hängen da irgendwie an die... Was ist denn das eigentlich? Das sieht aus wie ein Ballon. Was machen die denn da? Kann es irgendjemand mal Auskunft geben? Wenn du aus jeder unserer fünf Welten eine Person zurückbringst, können wir dir helfen, den Ballon zu benutzen. Alles klar. Also wir merken, wir müssen durch jede... Guck mal, Sheila hängt da auch. Wir müssen durch jede Welt mindestens einmal durchkommen, damit die Bewohner uns helfen. Weiter zu kommen. Der Ballon bringt uns nämlich in eine andere Welt, beziehungsweise näher an das... An das Reich der Zauberin, die wir ja aufhalten wollen. Und die wollen uns natürlich auch, dass wir sie aufhalten, weil die tyrannisiert ja hier sämtliche Welten. Und das ist ja nicht so geil, ne? Das ist nicht richtig. Deswegen kriegt ihr jetzt eins auf den Bobo von uns allen. So, also irgendwann mal. Jetzt gehen wir ja schon mal in den Muschelstrand. Eine Wasserwelt. Yay. Ich habe mich ja schon in 2 und 2 darüber ausgekotzt, wie sehr ich Wasserwelten liebe. Was ist hier los? Während ich weg war, haben meine Freunde sich das U-Boot der Rhinoxe ausgeliehen. Dann haben sie eine Spritztour damit gemacht. Und dann sind sie damit in einen Haufen Steine gekracht. Komischerweise fanden die Rhinoxe das nicht so lustig. Und haben meine Freunde in das Gefängnis da hinter dir gesperrt. Aber das ist ja nicht so geil. Das ist das Gefängnis. Das ist Storf. Okay. Und da hinten ist Grüne. Zeige ich euch gleich. Das ist das besagte U-Boot, das ja richtig schön da reinge... Hey! Da reingemanövriert wurde. Wo sind denn jetzt gerade alle hin? So, du bist weg. Du bist weg. Und du bist auch weg. Können wir mal ein bisschen hier aufräumen. Die Ente, die tut uns nicht. Das ist unser Schmetterlingsversorgungsbeschöpf. Richtig schön rein. Finde ich süß, dass man hier diese Details tatsächlich einbaut. So. Ich glaube, das war's hier. Ich druck aber lieber nochmal. Ist hier hinten irgendwas? Außer das U-Boot. Können wir das U-Boot nicht einfach mitnehmen? Wäre doch voll cool. Hm. Gut, dann geh mal weiter. So. Hi! Ängste. Gut, wir sind nicht die ganze Zeit unter Wasser. Das ist ein Vorteil. Wir dürfen auch nachher kurz an Land. Wir dürfen auch nachher kurz Sheila spielen, wenn wir hier oben sind dann. So. Hi! Es ist so eine halbe Welt. Deswegen ist es ganz okay. Wenn du eine kurze Zusammenfassung über deinen Fortschritt in einer Welt haben willst, kannst du die Select-Taste drücken. Damit öffnest du den Atlas auf der Seite der Welt, in der du dich befindest. Das ist ein guter Tipp. Dankeschön. Ähm. Okay. Ah. Daher kommt das also. Ich dachte schon, es haben wir schon auf einmal Füße. Das ist ja ganz seltsam. Okay. Sag mal, was du kannst. Hehehe. Da ist ein Ei. Ei, Ei. Jason. Oh. Der weinen Papa ist ja da. Glaube ich. Woher kommen eigentlich diese ganzen Eier? Ich meine, wir haben 80 Drachen damals gerettet in Spyro 1 und... ...da war kein einziger von denen weiblich. Also irgendwie ist das komisch. Hinterfragen wir das nicht länger. Das... Gut, nur noch mehr Fragen, sonst auf... ...aufkloppen. So, was ist denn da oben los? Hehehe. Sehr schön. Na. Dachte ich, kriege ich dich auch. Okay. Das war's hier, ne? Ja. Ich glaube, wir sind hier fertig. Dann machen wir's halt so. Du läufst. Und du auch! Ha! Solche Schweinebacken. Glaubt's ja nicht. Und die war's noch. Ich dachte, ich werde wieder vollgetankstet. So. Du auch? Nö. Okay. Lass mich mit deiner hässlichen Schaufel in Ruhe. So, ich geh jetzt weg von euch. Ihr könnt mich mal. Tschüss. Durch schweben kommst du nach dem Gleiten weiter. Drück einfach die Dreieck-Taste am Ende deines Gleitflugs. Okay, das wussten wir ja schon. Aber danke für die kleine Auffrischung. Da unten ist noch ein Edelstein. Nicht vergessen. So. Und da wartet Sheila auf uns. Oh, ich mag diese Aufgabe nicht so wirklich. Aber... ...haben wir sie wenigstens schon hinter uns. Also, gehen wir da mal rein. Was dürfen wir denn hier Schönes machen? Oh, hi, Spyro. Einige meiner Seehundfreunde versuchen, eine Rhinox-Festung zu zerstören. Ich will auch hin- und mithelfen. Ich liebe den Duft angesenkter Rhinoxe am Morgen. Alles klar. Das ist... ...bisschen... ...ja, ich sag dazu mal nichts. Das ist leicht verstörend. Okay. Zack. Warte mal, da oben ist was. Das hab ich gesehen. Ein Ei! Sieh mal einen an. Jared hat sich hier oben versteckt. Cool. Aber Vieh ist versteckt. Den sieht man zwischen diesen kleinen Texturveränderungen kaum hier den Aufgang. Ich wusste nur, dass hier irgendwo irgendwas versteckt ist. Höhlentechnisch. Was willst du denn von mir? Geh doch einfach. So, da sind unsere Seehundfreunde mit TNT. Da ist diese Festung. Hi, Sheila. Die Rhinoxe haben auf unserem Strand eine Festung gebaut. Die werden wir zu Kleinholz machen. Du musst nur die Ecktürme für uns übernehmen. Wir zünden jetzt die Bombe. Sorg dafür, dass du alle Ecktürme mit einem Kopfstoß zerstörst, bevor die Lunte zu Ende ist. Okay? Okay. Also, wir müssen hier alles kaputt machen. Bevor die Zeit abläuft. Klingt einfacher, als es ist. Weil die Zeit ist halt wirklich nicht wirklich auf unserer Seite. Jawohl. Aber wir machen das gerade ganz gut. Oder auch nicht. So, die Edelsteine sammle ich nach allein. Es wird knapp. Nein! Ach, komm! Oh, nö. Ich war gerade fertig. Ja, ist okay. Das müssen wir nicht hören, dass ich schlecht war. Ach, guck mal. So geht das also schneller. Das muss ich mir merken. Aha! Da liegt also der Trick dahinter. Nicht mal sind wir falsch. Sieh dir das an. Das ist ja absolute Vernichtung hier. Wieso? Alter! Was geht hier ab? Krass. Guck mal, wie viel Zeit ich auf einmal übrig habe. So, jetzt haben wir es geschafft. Und tschüss. Yeah! Sesam öffne dich. Okay. 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 Ich kann nicht glauben, dass ich diesen Knall überlebt habe. Wie gut, dass ich dieses Ei schön sicher in meiner Tasche hatte. Okay, wir bekommen Molly als Dank dafür, dass wir diese Festung in die Luft gesprengt haben. Sehr nett. Gut. Jetzt können wir auch alle Edelsteine hier einsammeln. Aber wirklich viele sind sie nicht mehr. Und das war's. Also hier ist nur noch Abgrund und alles. Haben wir doch hier gut aufgeräumt. Jetzt lass mich durch. Ich möchte nicht mit euch reden. Okay. Hier unten im Wasser ist auch nichts. Sheila kann übrigens nur gerade so schwimmen. Tauchen geht gar nicht. Aber immerhin geht sie nicht unter. Das ist ja schon mal etwas. Gut. Haben wir das? Da unten ist noch der Einser Edelstein. Ich weiß. Ich würde aber sehr gerne da noch hochfliegen. Weil da oben waren noch auch Edelsteine. Oh. Das war schlecht. Das war mega schlecht. Jetzt noch mal. Komm schon. Yeah. Gibt es glaube ich auch nur Edelsteine, ne? Ja. Okay. Hat sich voll gelohnt. Der war da hinten. Ganz hinten im Eck liegt doch der kleine Fratz. Oh. Hi. Und tschüss. Guck mal. Du kriegst nicht mal ein Fass von mir ab. Du wirst einfach nur abgefackelt. Da bist du mir nicht wert. So. Und wieder nach unten. Ich warte mal ein bisschen rum. Komm, gucken, was geht hier ab. Ganz viele Feinde. Ganz viele Schätze. Hier ist alles viel zu viel. Da ist wieder ein schwarzer Wirbel. Da holen wir uns noch nachher ein Ei. Jetzt möchte ich erst mal hier kurz die Leute aufräumen. Au. Er hat mich abgeschossen. Mein Herz. Er tut so weh. Okay. Da unten war auf jeden Fall noch... Da kommt mal der Krab. So. Das habe ich gerade eben noch gesehen. Aber das war es hier unten, oder? Gut, dass Edelsteine nach unten gehen und nicht leichter sind. Nicht, dass sie jetzt durch die ganze Levelkarte schweben. Das wäre ein bisschen blöd. Was haben wir denn hier Schönes? Ach, ja, ja, ja. Wir dürfen jetzt gleich Boot fahren. Das ist cool. Vor allem den Ort kann man echt sehr schnell übersehen. Weil man halt, ja, das nicht gewohnt ist, dass man da oben raus kann. Blutod, der Rhinox, hat uns zu einer Seeschlacht herausgefordert. Unser Schnellboot gegen sein nukleares Hai-U-Boot. Wenn wir gewinnen, bekommen wir das Drachenei, das er bewacht. Wenn wir verlieren, müssen wir einen Monat Küchendienst machen. Oh, sowas aber auch. Vor allem unser Schnellboot gegen sein nukleares Hai-U-Boot. Was sagst du dazu? Willst du gegen Pluto antreten? Ich muss gegen Pluto antreten. Achso, Pluto. Jetzt, danke. Okay, viel Glück. Aber denk daran, dich vom scharfen Ende fernzuhalten. Okay. Drücke die X-Taste, um zu beschleunigen. Drücke die Kreistaste, um eine Rakete abzuschießen. Sammle Kisten, um mehr Raketen zu bekommen. Okay. Oh, das steuert sich doch ganz gut. Also mit X gebe ich Gas. Ich kann aber auch einfach nach oben drücken. Aber dann bin ich nicht so schnell, wie wenn ich X drücke. Okay. Da ist ein nukleares Hai-U-Boot. Ist aber schön. So, warte. Oh. Die Steuerung ist noch ein bisschen schwammig. Ah. Nein. Lass mich. Mist. Ich habe keine Munition mehr. Nein, das war meine. Oh. Ich habe meine Kiste gefressen. Das ist voll schwierig, die Richtung zu ändern, wenn man auf Kobo ist. Oh. Nein. Lass das. Oh. Oh. Hörst du auf. Verschwinde. Verschwinde. Toll. Stopp. Oh nein. Oh nein. Aua. Aua. Mein armer Po. Komm schon, ey. Huch. Was machst du denn? Der repariert den. Wie unfair. Komm schon. Ein bisschen noch. Und er repariert wieder. Hast du auf damit. Einmal noch. Komm. No is no fun. Yeah. Der ist selber lila. Was soll das denn heißen? Toll. Danke. Jackie. Süßer Pernersatz. Okay. Jetzt dürfen wir auch ohne Boot hier ein bisschen rumschwimmen. Und wir haben keine Sparks, der uns hilft, die Edelsteine anzusammeln. Oh nö. Das muss ich auch noch richtig sauber schwimmen. Äh. Naja. Das machst du doch kaputt. Danke. So. Gibt es hier irgendwo was, wo ich noch in eine Höhle rein kann? Nö. Nur noch hier dann die ganzen Schätze. Schnapp mal zu uns. Das ging ab, ne? Also, das hat mega Spaß gemacht. Solche Aufgaben mag ich. Aber unfair, dass der einfach sein Zeug repariert. Dann wäre er nämlich viel schneller fertig gewesen. So. Jetzt haben wir alles hier. Huch. Noch mal hoch. Danke. Und dann können wir auch wieder nach unten gehen. Der eine schwarze Stuhl, den bedreht man jetzt. Den anderen da unter Wasser. Der ist ja, ja, der ist ein bisschen anders. 30 Eier schon. Krass. Das geht voll schnell. So, hi. Wir hatten ein Drachenei für dich, aber wir haben es zum Testen unseres Ultra-Hochgeschwindigkeitsströmungstunnels benutzt. Die gute Nachricht ist, dass es ohne einen Kratzer am Ende des Tunnels angekommen ist. Die schlechte Nachricht ist, dass es unmöglich ist, es wieder herauszubekommen. Toll. Und warum benutzt ihr gerade irgendwelche Drachen? Ach, egal. Der Tunnel ist gerammelt voll mit Rhinoxen und schwebenden Minen. Du kannst das Ei nur wiederholen, wenn du jeden einzelnen Rhinox im Tunnel besiegst. Na ja, dann machen wir das mal. So, ich mache jetzt gar nichts mehr. Ich kann nur noch nach links und rechts navigieren. Man muss halt den Minen ausweichen und diese Rhinoxe ausschalten. Wenn ich die Minen, aber wenn ich eine Mine berühre, bin ich tot. Wenn ich einen Rhinox nicht treffe, bin ich auch tot. Also nicht tot, aber ich muss von vorne beginnen. Und das ist teilweise gar nicht so einfach. Ja, ja, lach mich halt aus, du Sack. Immerhin verliere ich kein Leben. Das wäre sonst mega doof. Und diese Art von Herausforderung gibt es noch einmal, glaube ich. In der vierten Welt. Dieses Ei hat erstaunlich gute Strömungseigenschaften. Von jetzt an werden alle unsere U-Boote eiförmig sein. Na dann, immerhin haben sie was gelernt. Die U-Psch. Alter Alunke, wie geht's dir? Gesundheit. Gut, tschüss. Das ist mein Ei. Das kippe ich euch nicht wieder. Glaub's ja nicht. Okay, dann haben wir hier eigentlich alles. Sag mal, hörst du auf? Mein Plan hat funktioniert. Dieser dumme Tentenfisch hat die Gefängnisschlüssel fallen lassen, als er mich geschüttelt hat. Jetzt kann ich meine Freunde befreien. Cool. Freiheit für die Seehunde. Oh, das wollte ich dir noch sagen. Einer der Rhinoxer hatte dieses Ei in seiner Brotdose. Was? Alter. Der arme Dizzy. Der wäre fast gefressen worden. Alle Eier? Und jetzt müssen... Achso, ich habe ja keine Libelle. Ich muss ja alles selber einsammeln hier. Mann, oh. Oh, ich mag, wenn man den braucht. Ja, alle Edelsteine. Das heißt, wir haben den Muschelstrand komplettiert. Juhu. So. Dann wieder nach Hause. Nach Bad Sonnenaufgang. Dann wieder nach Hause. Untertitelung des ZDF, 2020